Stahlträger mal 40 also auch 80 Alter du knallst hier alles voll mit oh man diese scheiß Motoren die ringen nicht richtig auf zeig ich ja wir haben jetzt genug Geschwindigkeitsmodule hast du gesagt ja hab ich das dann können wir die erstmal abkappen um die rote um rote um rote Chips zu sparen guck mal an die Kiste hier es fehlen nur noch 5 grüne jeweils siehst du die Stahlkiste genauso geordnet wie ich jetzt gemacht habe ja ich sehe ich ja und oben fehlen nur noch jeweils 5 Effizienzchips Stufe 3 dann haben wir alles zusammen für die Kampfanzüge krass ja ich habe alles soweit sortiert so ich brauche jetzt auf jeden Fall noch rote Chips ja die ich habe noch 22 die schmeiße ich dir in die Fabrik rein ja ich brauche aber auch um überhaupt ein Effizienzmodul 3 herzustellen ja 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 oh Gott nice nice ja 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 Oh, bist du hier schnell an die Hand gekommen. Das geht jetzt fix mit dem Beton. Ja. So. Also meine Fabrik stellt noch rote Chips her. Ich produziere persönlich noch rote Chips. Ja, ich produziere auch noch rote Chips. Guck mal, da oben sammeln sich die roten Chips gerade. Naja, hast du ja gesagt, ne? Mhm. Also eins von zehn ist schon da. Gott, eins haben wir erst. Wow. Ja, das ist lecker auch daran, weil ich schon halt hier von den Geschwindigkeitsmodulen relativ viel vorbeizubringen habe. Ja, das ist natürlich klar, aber trotzdem eins. Wir hatten die gleiche Idee. Wir hatten echt die gleiche Idee irgendwie. Das ist echt nicht so spannend hier zum Zugucken gerade, glaube ich. Überhaupt nicht. Das tut mir ein bisschen leid für die Leute. Ich finde es ja selbst nicht spannend. Ich finde es ja selbst nicht spannend. Wenn es überall Beton liegt hier. Ein grün von zehn. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Hier. Ich kann ja mal ne Runde Zug fahren. Vielleicht schaffe ich es ja mal ohne zu sterben dabei. Niemals. Ich bin im Kupferzug. Aber wir prüfen beim Kupfer alles dann auch noch ein bisschen. Der Zug fährt los. Juhuuu. Chuchupa. Da bin ich. Jonas? Ja? Kupfer kommt kaum noch was an. Kupfer hier unten ist fast leer gefarmt. Okay. Du hast eine neue Kupferabbauproduktion. Krass unser Puffer ist auch fast leer. Obwohl da geht noch. Ja. Oh nein. Ja. Ich habe jetzt. Ich bastel das hier so gut. Es geht um, dass wir hier auch die Reste noch mit sammeln. Ja. Ja. Dann würden wir beim Ostbahnhof wahrscheinlich da das hin verlagern würde ich sagen. Müssen wir wohl. Ja. Ja. Aber kam nicht noch von irgendwo anderes? Nee. Okay. Okay. Also der Zug sammelt das nur von hier ein. Ja. Wir haben jetzt auch mal ordentlich Kupfer verbraucht. Ja. Fah. Ja. 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 Dat. Ich sammle die ganzen Dinger gerade hier. Oh, 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 oh. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Nehmen natürlich alles Kupfer mit so gut es geht. So ist ja auch. Da ist aber auch schon Kohle mit dabei. Schweinerei. Ich gebe mir Mühe, dass da nichts anderes außer Kupfer eingesammelt wird. Ei, 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 mit Kupfer geht es vorbei. Oh, mit der Kohl und auch. Oh, da ist noch eins, das ist so geil. So, viel mehr geht doch nicht mehr mit dem Kupfer, ein bisschen nur noch. Ich habe mich eben schon gewundert, als ich mich in den Zug gesetzt habe, warum das Kupfer schon ausgeladen wurde. Mal gucken, ob ich noch einen Kohle-Express bekommen. Mal gucken, wie es da so aussieht. Ah, der Waggon ist voll. Die Waggons sind voll, also Kohle verbrauchen wir zwar auch genug, aber haben wir auch noch mehr als genug. Langweilig. Juhu, tschüss. Kommt der Zug gerade? Äh, war das der Kupfer? Ne, das war der Kohle-Zug, ne? Das war der Kohle-Zug. Der Kupfer-Zug ist aber eben auch abgefahren erst kurz vorher. Ja. Ja, hier ist ja noch mehr als genug los. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ich gehe zu Fuß, geht schneller, also. Hä, hat man nicht mal die Züge gesehen, wenn die gefahren sind? Auf der Karte meinst du? Ja. Das hat doch jetzt gar nichts gebracht, das zu verdoppeln, oder? Oh nein, 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 nein. Scheiß Idee, Scheiß Idee. Scheiß Zug, Scheiß Zug. Nein. Was hast du gemacht? Ich bin doch noch zum falschen Moment losgefahren. Haben sich die Züge gecrashed? Ja. Was? Wie, ja? Ja. Wo? Was? Ne, außer, dass da ein Zug kaputt ist. Welcher? Da, wo du drinsitzt. Da war was kaputt, das habe ich gesehen. Ich habe es gesehen! Ich weiß, was ich gesehen habe, Jonas. Schon geschmeidig, wie die Züge sich hier lang schlängeln. Was? 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 Spannende Musik Was machst du da jetzt, Jonas? Schließt du den Bahnhof da hinten an? Mein Kopper 2. Was ist los? Nichts. Gerne Sch***. Gerne Sch***. Gerne Sch***. Gerne Sch***. Untertitelung des ZDF für funk, 2017